Herzlich Willkommen zu einer weiteren Behandlung hier bei MAC Aesthetics. Heute dreht sich alles wieder um das Stirndesign bei einer Frau. Und daher arbeitet der Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie jetzt einmal mit einer Botox-Behandlung, um die Stirn natürlich aufhaltenfrei zu bekommen. Das ist der Wunsch der Patientin und ich denke, das können wir ihr auch erfüllen. Nach 10 Tagen kommt sie natürlich zur Nachuntersuchung wieder und dann wird auch gegebenenfalls kostenfrei etwas nachunterspritzt, damit unsere Patientin natürlich auch zufrieden ist und faltenfrei und damit können wir uns zufrieden verabschieden. Bis dahin!